Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6866. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im Teeglas liegt eine Zitronenscheibe. Der Tee muss noch zwei Minuten ziehen. Im Teeglas liegt eine Zitronenscheibe. Der Tee muss noch zwei Minuten ziehen. Im Teeglas liegt eine Zitronenscheibe. Der Tee muss noch zwei Minuten ziehen. Ich glaube, die Grafik ist falsch. Es sind keine Verkaufsdaten für den letzten Monat vorhanden. Ich glaube, die Grafik ist falsch. Es sind keine Verkaufsdaten für den letzten Monat vorhanden. Ich glaube, die Grafik ist falsch. Es sind keine Verkaufsdaten für den letzten Monat vorhanden. Wir treffen uns oft auf dem Flur. Probleme klären wir dann auf dem kleinen Dienstweg. Hast du schon einmal ein Bild für deine Eltern gemalt? Hast du schon einmal ein Bild für deine Eltern gemalt? Hast du schon einmal ein Bild für deine Eltern gemalt? Basilikum kann zum Würzen von Salaten, Soßen, Suppen und anderen Gerichten verwendet werden. Hat dieser Lippenstift die richtige Farbe? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und dann schlägt das Lippenstift. Und dann schlägt das Lippenstift. Vielen Dank.